Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal, bis heute wieder der VW ist und heute suchen wir die Karte und den Kompass und ich muss das gerade auf Ton aussprechen, weil meine Aufnahme kein Audio aufgezeichnet hat. Also werde ich die ganze Folge, jetzt am Anfang werde ich reden, aber die ganze restliche Folge werde ich nicht reden, leider, weil meine Aufnahme irgendwie rumgepackt hat. Ihr seht hier, dass ich in Verbesserheit der Qualität jetzt Videos machen kann, aber dass es noch ausgestellt war, habe ja jetzt kein Audio aufgezeichnet, deswegen spreche ich das gerade nach. Auf jeden Fall, wenn ihr das gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich, vergesst nicht die Dörker zu aktivieren. Guckt in die Beschreibung, dass mein Instagram und Snapchat verlinkt, ich werde das jetzt nochmal einblenden. Ja, die nächste Folge kommt morgen, genießt das Video, ich laufe jetzt zum Kompass und zur Karte, folgt mir einfach, ich bin beim Loch. Ja, dann bis zur nächsten Folge würde ich sagen und ihr könnt euch jetzt das Video entspannt zu ändern. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Huuuuhh Was ist das? Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.